Yo Leute, was geht ab? College am Start. Ich habe letztens die Frage bekommen von einem User unter meinem letzten Video, das ich gemacht habe, wo ich euch gezeigt habe, wie man die Tonleiter findet, wie man den Scale findet. Da hat er die Frage gestellt, ich lese euch die mal vor. Ich habe das Problem, dass ich jedes Mal einen anderen Beat rausbekomme. Zum Beispiel möchte ich Type Beat machen Richtung KMN Gang oder 18 Karat. Kommt aber jedes Mal was anderes raus. Bin zwar komplett zufrieden mit meinem Ergebnis, aber weiß nie, wann der richtige Scale es ist. Also mein ganzes Problem ist, dass ich nicht weiß, welchen Scale ich benutzen will. Und dann noch die zweite Frage. Wenn ich nur als Beispiel jetzt ein D-Minor Scale benutze, muss dann der erste Akkord auch D-Minor sein oder könnte ich auch mit A-Minor oder einem anderen Akkord anfangen? Bitte helft mir. Und ja, darüber wollte ich heute ein Video machen. Und ich wollte auch das Video nutzen, euch ein neues Plugin vorzustellen, mit dem ihr genau wie beim letzten Plugin und sogar noch mit ein paar Extra-Funktionen eure Tonleiter findet. Tja, dann würde ich mal sagen, fangen wir direkt an hier mit dem Plugin. Das Plugin, dafür brauchen wir erstmal ein Sample. Suchen wir uns hier aus aus dem Balance Sample Kit. Nehmen wir mal hier zum Beispiel dieses Water Sample. Fügen es hier ein in die Playlist. So, und jetzt das letzte Plugin, das ich euch gezeigt habe, diesen Keyfinder. Das war so ein ganz normales Programm für Windows, Mac und so weiter, wo ihr euch einfach installiert und dann so nutzen könnt. Dieses Plugin aber ist ein VSD-Plugin, also das installiert ihr euch in eurem FL Studio. Das Plugin heißt Hornet Zonky MK2 und um es benutzen zu können, müsst ihr erstmal hier dieses Sample einem freien Mixer-Track zu ordnen. Zum Beispiel hier Mixer-Track 1. So, jetzt haben wir es hier auf den Mixer-Track 1 und laden hier in den Inserts unser Plugin ein. So, hier ist das Plugin, so sieht es erstmal aus. Und jetzt hier beim Plugin habt ihr zwei Möglichkeiten, euer Sample zu analysieren. Einmal habt ihr hier ganz oben, da steht Current Chord und das ist auch die Neuerung zu dem Plugin, wo ich euch davor gezeigt habe. Hier analysiert das Plugin nämlich den aktuellen Akkord, den das Sample gespielt hat. Und unten drunter findet ihr ganz normal die Key Estimation, also die geschätzte Tonleiter oder den geschätzten Scale. So, und wenn wir jetzt hier dieses Sample abspielen, dann beobachtet mal hier, was passiert. Bis zum nächsten Mal. So, hier habt ihr gesehen, dass das Plugin jetzt versucht, irgendwas zu analysieren. Und zwar hier oben einmal den Akkord und unten drunter hier den Key, die Tonleiter oder je nachdem, wie ihr es nennt. Ja, das hat uns jetzt ausgegeben, dass hier dieses Sample in der Tonleiter D-Minor ist und dass der Akkord, der gespielt wird, D-Minor ist. So, rechts daneben, hier bei diesen drei Tonleitern, habt ihr dann so eine prozentuale Schätzung. Also das Plugin versucht dann so durch verschiedene Algorithmen dieses Sample zu analysieren und hat dann so prozentual eine Schätzung, was es jetzt sein könnte. Also welche Tonleiter es ist und so weiter. Und hier haben wir jetzt halt mit 98%iger Wahrscheinlichkeit ein D-Minor drin und unten drunter dann halt die nächstmöglichen Tonleitern und so weiter. So, jetzt gibt es aber noch ein kleines Problem und das habe ich auch beim letzten Video vergessen zu erwähnen. Und zwar, das Ding ist halt, bei diesen ganzen Analyse-Plugins, die sind alle sehr nice und machen ihren Job auch ziemlich gut, aber halt nicht immer hundertprozentig. Und ich erkläre euch auch, wieso. Das Ding ist jetzt, wenn ihr zum Beispiel jetzt hier das Sample analysieren wollt, sagen wir mal, euer Sample spielt jetzt nur zwei Noten. Jetzt hat halt das Plugin ein Problem, um zu analysieren, welche Tonleiter es jetzt tatsächlich ist. Weil egal, welche Tonleiter ihr jetzt analysiert bekommt, ihr habt immer Tonleitern drin, die sich halt nur um eine Note unterscheiden. Sagen wir jetzt zum Beispiel, wir nehmen zwei Tonleitern, einmal zum Beispiel einen D-Minor und einmal einen C-Minor. Diese zwei Tonleitern haben jetzt in ihrer Tonleiter mit ihren ganzen Noten, die drin sind, sagen wir mal, von zwölf Noten sieben identische Noten. Also beide Tonleiter haben sieben gleiche Noten. Und euer Sample spielt jetzt zum Beispiel nur drei Noten und diese drei Noten sind halt in beiden Tonleitern vorhanden. Und dieses Plugin hat halt jetzt keinen Plan, welche Tonleiter es verwenden soll. So, das erste Problem wäre das und das zweite Problem ist halt, sagen wir mal, ihr sucht euch hier ein Sample raus vom Balance Sample Kit und seht dann hier hinten ein D-Minor Harmonic oder F-Minor Harmonic. Und dieses Harmonic wird dann heutzutage extrem häufig verwendet. Und das Problem bei diesen Plugins ist halt, dass dieses Harmonic oder da gibt es auch noch andere exotischere Tonleitern, die werden jetzt hier nicht erkannt. Ihr werdet zwar auf jeden Fall sehr nahe drankommen mit euren Tonleitern. Also ihr werdet sehr, ihr werdet vielleicht nur eine Note anders haben als hier zum Beispiel bei einem D-Minor oder bei einem D-Minor Harmonic. Also es wird sich nur um eine Note unterscheiden oder so, aber es ist halt nicht 100% genau. Und ja, das solltet ihr auf jeden Fall wissen. Versteht mich auf jeden Fall nicht falsch. Dieses Plugin ist auf jeden Fall richtig nice. Nur ihr müsst halt auf jeden Fall bedenken, dass man hier nicht 100% richtige Ergebnisse bekommt. Und ihr müsst dann vielleicht eine Note verändern, wenn ihr jetzt zum Beispiel anstatt D-Minor an D-Minor Harmonic habt und so weiter. So, ich verwende dieses Plugin aber nicht nur, um jetzt Keys von Samples zu erkennen, sondern auch, um andere Sachen zu machen. Und das bringt mich jetzt zur Frage von LV Production. Er hat ja gesagt, dass er ein Problem hat, dass immer, wenn er zum Beispiel ein Beat macht, dass irgendwas anderes rauskommt. Und er möchte zum Beispiel ein Type-Beat machen, so in Richtung KMN-Gang oder 18 Karat. Aber es kommt immer was anderes raus und er weiß halt nicht, welche Tonleiter oder welchen Scaler er verwenden soll, um dann dieses Ergebnis rauszubekommen. Und ja, dafür ist halt dieses Plugin oder auch das andere Plugin, wo ich noch verwendet habe, auch ziemlich gut. Und nämlich, ihr könnt es nicht nur verwenden, um jetzt hier eure Tonleiter von euren Samples zu erkennen, sondern ihr könnt einfach natürlich einen Song nehmen, den ihr feiert, wo ihr sagt, mir gefällt jetzt so der Grundvibe und ich würde gerne wissen, in welchem Scale oder in welcher Tonleiter dieser Producer gearbeitet hat. Also ihr ladet einfach diesen Song runter, fügt ihn hier ein in der Playlist, schickt ihn hier einen Mixer-Track, also einfach hier zuordnen. Und ja, dann fügt ihr einfach hier euer Plugin ein, lässt den Song laufen, so sagen wir mal 16 Bars oder so ungefähr. Nachdem habt ihr dann eine Tonleiter hier bekommen und diese Tonleiter könnt ihr dann einfach hier in euren Piano Roll eintragen, einfach so. Hier oben links auf dieses Dropdown-Menü erstmal drauf gehen, dann geht ihr auf Helpers, Scale Highlighting und fügt hier eure Tonleiter ein, die ihr rausbekommen habt. Dann hättet ihr halt direkt hier eure Tonleiter drin und in diesem Raster, in diesem Piano Roll Raster, seht ihr dann im Hintergrund so helle und dunkle Noten. Die hellen Noten hier, zum Beispiel die zwei, da könnt ihr eure Akkorde einzeichnen, eure Melodien einzeichnen. Also die wären dann sozusagen alle in der Tonleiter drin und würden sich nicht schief anhören und alle anderen könnt ihr auslassen. Also hier diese ganzen dunkleren könnt ihr auslassen und somit hättet ihr dann so eine Idee, mit welchen Tonleitern jetzt die anderen Produzenten arbeiten und könnt dann auch viel einfacher so Type Beats machen. Sagen wir mal, ihr wollt irgendeine düstere Tonleiter von, sagen wir mal Kanye West oder so. Dann könnt ihr einfach seinen Song runterladen, fügt ihn in der Playlist ein, lasst dieses Key Detection Plugin da laufen und habt direkt eure Tonleiter. Und könnt dann nach diesem Vorbild oder nach dieser Idee halt eure eigenen Beats draus machen. So, dann hatte LV Production noch eine Frage und zwar hat er gefragt, wenn ich nur als Beispiel jetzt ein D-Minor Scale benutze, muss dann der erste Akkord auch D-Minor sein oder könnte ich auch mit A-Minor oder einem anderen Akkord anfangen? Bitte helft mir. So, diese Frage haben auch sehr viele andere Produzenten und die Antwort ist ganz einfach. Hier, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Tonleiter habt, sagen wir mal D-Minor und ihr wollt jetzt hier zum Beispiel Akkorde bilden. Und ich habe auch noch ein Video gemacht, wie ihr Akkorde erstellen könnt. Das werde ich dann in der Beschreibung verlinken, könnt ihr mal abchecken. Also sagen wir mal, ihr wollt hier Akkorde bilden, dann ist es eigentlich egal, mit welchen Akkorden ihr anfängt. Also welche Note ihr hier als erstes nehmt, solange diese Noten in eurer Tonleiter drin sind. Also alles, was hier hell hinterlegt ist, hier in diesem Raster, geht alles in dieser Tonleiter und ihr könnt dann alle möglichen Akkorde spielen, alle möglichen Kombinationen, Melodien und so weiter. Also nein, du musst hier keinen D-Minor spielen, wenn du einen D-Minor-Scale hast, sondern du kannst alle Noten spielen, die hier in dieser Tonleiter drin sind. Also du könntest auch hier mit dieser Note anfangen oder mit dieser und so weiter. Und ja Leute, so viel dazu. Das war dann so eine, erstmal so eine Plugin-Vorstellung und zweitens so ein Tipp, wie ihr halt eure Scales findet von anderen Songs. Falls dir das Video gefallen hat, auf jeden Fall nicht vergessen zu abonnieren. Wir sind jetzt tatsächlich bei fast 3000 Abonnenten, Leute. Das ist richtig krass. Ich hab, mir kommt's vor wie gestern, dass ich irgendwie 2000 Abonnenten geknackt hab. Und ja, der Grind hört nicht auf. Wir bilden hier eine Producer-Community. Und falls du nächste Videos nicht verpassen willst, rund um die Musikproduktion, auf jeden Fall nicht vergessen zu abonnieren. Also Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und peace.